Hallo liebe Zürich, Josch, Zuschauer und natürlich auch Leser. Jetzt erlebt ihr bald die Ladung Beatrice Egli. Und das kann nur Glücksgefühl auslösen, pure Lebensfreude und es ist mehr als der Kick im Augenblick. Viel Spass! Beatrice Egli, sie ist natürlich Heimvorteil. Super! Ja ja, man kann zu ihrer Heimat herunter schauen, es ist perfekt heute hier für sie. Ich kann mega schön singen und sie ist mega hübsch. Beatrice Egli, wir finden dich so cool und wir sind froh, dass wir dich hier in der Schweiz bei uns. Super machst du das! Du bist eine tolle Frau! Wow! Ich mach weiter so!